Musik Willkommen bei Flydra, einer von Europas größten Hersteller nachhaltiger Holzwerkstoffe. Mein Name ist Inge Heuer, technischer Ausbildungsleiter am Standort Arnsberg. Wir suchen euch, pfiffige, ehrgeizige Auszubildende mit Ideenreichtum und Neugierde. Musik Ich bin Lisa, ich bin 23 Jahre alt, ich mache meine Ausbildung zur Industriekauffrau. Aktuell bin ich in der Kundenberatung tätig. Meine Hauptaufgabe besteht darin, kundentechnisch und fachlich zu beraten, wie zum Beispiel Dekoralternativen zu empfehlen. Hat auch Spaß bei der Arbeit und das ist einfach das Coole hier. Ich bin Sven, 28 Jahre alt und bin jetzt seit zwei Jahren hier im Unternehmen in der Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Meistens Spaß an meiner Arbeit macht es mir, mit dem Stapler im ganzen Berg unterwegs zu sein und mit den vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Musik Ich bin Keren, 21 Jahre alt und mache die Ausbildung als Maschinen- und Anlagenführer. Da ich sehr technikbegeistert bin, macht das mir Spaß an großen Anlagen, die zum Teil auch sehr komplex sind, zu arbeiten. Musik Ich bin Dustin, 21 Jahre alt, mache bei Flydra meine Ausbildung zum Industriemechaniker und bin im dritten Lehrjahr. Meine Tätigkeiten umfassen Wartung und den Stadtsentzug von den Maschinen, sowohl die Ersatzteilherstellung und unserer Schlosserei. Dank des Praktikums hier in der Schlosserei konnte ich für mich entscheiden, dass es der richtige Beruf ist. Musik Ich bin Henry, bin 22 Jahre alt und mache meine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Einige meiner Haupttätigkeiten sind Schaltschrankbau, Störungsbeseitigung und Elektroinstallation. Musik Ich bin Carine, ich mache eine Ausbildung zur Chemikantin und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Am Reaktor selbst entnehme ich verschiedene Proben, die ich hinterher bei uns im Labor analysiere. Hier in der Warte kontrolliere ich verschiedene Parameter, wie zum Beispiel Druck, Temperatur und pH-Wert. Musik Mein Name ist Sarah und ich bin im dritten Lehrjahr der Ausbildung zur Chemielaborantin. Als Chemielaborantin führst du chemische Untersuchungen durch. Besonders bei der Arbeit bei FlyAdra mag ich, dass die Aufgaben und die Proben sehr vielseitig sind. Musik Bewirb dich jetzt! Geh den Weg mit FlyAdra! Musik